Es ist ein Auf und Ab mit den Kilos bei Schauspielerin Gülcan Kams. Mal machen der hübschen 38-Jährigen, wie wahrscheinlich vielen von uns, die Lockdown- und Dezember-Schlemmereien zu schaffen. Ein andermal purzeln die Kilos schon wieder, doch dafür tut Gülcan einiges. Jetzt postet die ehemalige Viva-Moderatorin dieses Bild auf Instagram, das einem Schnappschuss vom September 2020 ähnlich sieht. Dazu erklärt Gülcan ihren rund 155.000 Followern, dass sie eine Fastenwoche hinter sich hat. Sie verspricht sich im Vorhinein vom einwöchigen Detox-Experiment unter anderem einen verbesserten Schlaf, die Stärkung des Immunsystems und eine reine Haut. Welche Effekte die Fastenwoche nun genau bei ihr hat, berichtet sie ebenfalls. Meine Fastenwoche ist beendet und ich fühle mich super fit. Ich kann es gesunden Menschen, die sich mit ausgewogener Ernährung auskennen, nur empfehlen. Bei mir purzelte diesmal als mega schöner Nebeneffekt ein Kilogramm, heißt aktuell für mich 61 Kilogramm. Ihr neues Gewicht steht der Lübeckerin ausgezeichnet und egal ob mit oder ohne extra Kilos, wir finden Gülcan immer schön.